Ich freue mich, dass am 27. Mai auf dem Fundament der im 13. Jahrhundert erbauten katholischen Sankt-Petri-Kirche der Grundstein gelegt wird für das Berliner Haus auf Wann. Des Hauses, an dem die drei großen monotheistischen Religionen, Islam, Judentum, Christentum, miteinander verbunden, sich einander begegnen, kennenlernen, aber vor allen Dingen auch ihren Glauben und ihre Theologie entdecken. Ich halte es für ganz wichtig, dass an diesem Ort eine Theologie des interreligiösen Dialogs aufgebaut wird, die hilft, einander zu verstehen und letztlich Gott die Ehre zu geben und immer tiefer in das Geheimnis Gottes einzusteigen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dies ein Ort des Glaubens und der Theologie in dieser Stadt Berlin wird. Ich wünsche allen, die an diesem Ort einander und Gott begegnen, dass sie seine Nähe besonders spüren. Ich hoffe, dass wir einander helfen, gerade in dieser säkularen Gesellschaft, in der wir stehen, den Glauben zu verstehen, tiefer im Herzen zu erfassen und den Menschen zu bezeugen. Es möge ein Ort des Segens werden.